weil meine sind aufgebraucht was schon alles aufbauen okay dann wurde es nur mehr getroffen als ich es schaffen geht der LKW der mich gerade umgehauen hat hat mich meine letzten drei Pillen gekostet und so aufwürdigst du dich wiedergelegt hat? ja stimmt ich hab ja keine medizinische Anwendung mehr gut ich hab eh noch drei erste Hilfesprays ich hab da sogar noch was gehabt nein das wollte ich danke das wollte ich halt hart nicht aber okay das ist ein bisschen der Team ist ja bei der Karten hier okay ich steh mal nicht mal komm mal Mann open up, you gotta let us in! ich hab doch grad noch was ich hab doch grad noch was ja hab ich ja ja ein Er-Hilfespanner da ja hab ich ja hab ich so da lag noch Munition und jetzt kommt sie ich stehe doch eiskalt noch open nix open, nix open! 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 Richtig grünes Kraut, ne? Der Zombie ist ein bisschen doof. Ah, ich werde es reinlassen. Ja, der Zombie. Wunderbar, ne? Du bist so gut! Warte mal, was du gut? Ich bin wirklich gut! Was war das denn? Ey, diese Zombies sind Stuntman Zombies, ne? Fällst du mal an? Ah, Mann! Ich hab auf dem Kreis getranken. Ich nervte dir. Oh. Hi. Ach, wie nützlich. Hm. Ich hab's halt Minion gemacht. Ich hab's hier jetzt wieder auf den Lampen drücken. Die kriegen... Die kriegen das eigentlich nicht. Hm. Das hier halt keinen, der Zombies, ne? Warst du aber weiter in Gefahr? Ja. Oh, shit. Ich hab's gefolter einfach so rumgefahren. Fällst du, ich ist auch noch das Höchste und ich erkenne den Scheiß. Was? Geh zurück! Geh die Hölle weg von mir! Nein! Oh, jetzt kommt er hin. Weißt du, wenn er jetzt geschossen hätte, dann würde er noch leben. Au! Was zum... Ich hab's ja nicht mehr hier, ein schöner Zombie. Das war ein He-Mist-Fächer. Achtung, Zombies! Da kommt er! Ist er eine Schwachstelle? Keine Ahnung. Irgendwas auf seiner Brust pulsiert. Ja, wo? Kautzer! Hä? Warum merke ich den auf einmal am Boden? Ähm, Achtung! Ach man, ja komm, ich pack euch doch auf wie! Was? Nein, ich hab älterlich. Was? 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 Läuft voll verkrüppelt, die Tante. Hey! We're right down there! You guys still breathing? Time big! The door's clear! The door's clear! We're right down there! We're right down there! Alright! Get your asses up here! Before it changed my mind! Und schmiedert sich die Tür durch! Mann, wieso ist der immer alle da stehen? Oh, come on! You wanna do this? Ich belasse mich denn dann so erstmal einsammeln, ne? Die ja irgendwie nehmt, andere ankommen ist. Rot von euch nicht! Rot von euch nicht! Rot von euch nicht! Rot von euch nicht! Doch ich könnte es nehmen, aber ich brauch Kühlen! Aber das ist ein riesiges Ding! Der mit Rot allein lässt sich leider nichts anfangen! Das ist weniger! Wannschen, Jorn! Mann, wieso habt ihr's immer so eigentlich an? Wo? Wieser... 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 Wieser ist da angekostet... Yep! oh fuck oh fuck ist das alles okay? ist das okay? oh fuck du bist übrigens fast tot du bist übrigens fast tot okay du bist wieder dann jetzt brauche ich dir nicht von der rote nimm ich nicht oh man ich kann nicht mehr zu spielen ich kann nicht mehr zu spielen ich kann nicht mehr zu spielen ich gucke bei den Antikörpern die ihr habt ja lass deine okay man vollkommen okay ich hab irgendein Kotzvieh angekotzt die kotzen mich an was ist denn eigentlich so und damit die ganze so 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 schwäne hund du 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 hast eine gute drei warte du kannst mal ausgabe was gehen komm du ja danke ja ich hab grad Grüneskraut ein Deck wo es wird mein Grüneskraut sind ja Grüneskraut oh oh Big Mama ähm irgendwie ich hab auch keine Engage ko ich hab die Krüven wir sind 8, 7, 8 aber aufsch cast mich denn das war gerne ob ich mein Grüneskraut geh damit Nein! Wie? Steve? Nicht jetzt! Wieso kann ich da jetzt? Was hast du jetzt schon wieder aufgenommen, weil du dein Ding aufnehmen kannst? Sorry, jetzt habe ich nur den Sinn aufgenommen. Ja, komm. Doch. Auch damit ist ein Ding. Ich hoffe, ich bin nicht schraubt. Ich steig ja auch. Alles rotet ja auch auf Alice. Ich steig ja auch. Ja, ich habe das drin gekochen. Das kombiniere ich erstmal in Ruhe. So. Gibt's doch nicht so. Warte, jetzt herrloh. Hahahaha. Ich schlag das Fenster ein und auf einmal bin ich draußen auf. Geht was hin? Was denn? Fenster einschlagen und auf einmal draußen zu stehen. Ne. Hä? Hä? Nein! Fäcki! Finde ich halt richtig E-Klips, ne? Fäcki? Ja. Ja, Fäcki. Fäcki. So etwas feinkert. Fäcki, sondern Horrini. Lara. Mach es voll nicht quilt. ... Wäre nicht immer jetzt irgendwie hier aufmachen? Das wäre mal irgendwie ganz schön, ne? Ja. Naja, jetzt kommt der Fluss. Ja, dann macht ihr das Tor! Komm, Uppi! Uppi, komm! Uppi, ich hab dich aufliegt. Nein, geht's doch. Wollt einfach nicht von ihm runter. Mann, ja, bitte. Was ist denn? Dieser Zunkuss. Erotisch. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, okay, ich geh runter. Sag mal, jetzt rufen ernsthaft alle Leute an. Tja. Sag mal. Wo bleibst du denn? Ja, tut mir leid. Wird ein bisschen aufgehalten, ne? Komm mal, was darfst du denn? Weibste der Fluss? Wird ein bisschen aufhören, oder? Ja, aufhören Sie! Ja, hier ist er被 ich aufhören. Ah, verdammelst du! Was ist er? Wird ein bisschen aufhören, oder? Nein, das ist ein paar. Oh Gott, was... Es ist einfach nicht... Einfach mal, was das ist. Ah, das war ich nicht. Ich hab dir jetzt auf den Brunnen. Jawoll, Alter. Fast zum Henker. Ja, das ist ein Kapitel geschafft. So, Rang B. Treffgenauigkeit, Rang B. Du hast gemeint, ich hab einfach Rang B. Ja. Du hast Treffgenauigkeit, Rang D, und ich hab Treffgenauigkeit. Rang B. Was weiß, weil ich immer in den Häkchen sitzt. Ja, dann mach mal weiter, oder? Ja, ich hab schon in den Stab getrunken, aber. Ja, jetzt heißt ich, wenn ich jetzt Punkte einlösen. Aber ich hab meine... Kann ich jetzt auch besser? 25.000! Ja, komm. Ich kann doch nicht meins nicht aufbessern. Doch, nur 70.000. Um meins aufzubessern, was ich habe. Ja, fertig. Hm. Ratschen, raschen, raschen! Ratschen, raschen! Ratschen, raschen! Warte mal, aber jetzt kommt eh eine Katze nicht. Ratschen, raschen! Ratschen, raschen! Ratschen, raschen! Ratschen, raschen! Ich weiß, wen wir in dieser Mission sind! Was? Ich weiß, wen wir in diesem Kapitel sehen! Wir nehmen uns jedenunu an. Wir haben hier schon, was wir sind. Eine Maschine zu helfen. Wird die Maschine zu helfen. Wir lieben uns, was wir Leute machen, was wir tun. Wir haben hier. Wir haben hier einen Klopfen. Wir haben die Maschine zu helfen. Derrick C. Simmonds, National Security Advisor. Hang on. Die Kluft der Rüttemberg Kennste? Bei einer witten, fetten Mutter fährt er einfach drüber und bei so einem kleinen Zombie baut er einen halben Unfall. Nein! Nein! Help me! We got it! No! Son of a... Get off me! Shit! Oh, no, 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 no. Huckers, oh, okay. We're going over! Brace yourself! Oh, we just want to run around. I just wanted to run around. Hehehehe. Warum hältst du dich dann an mir fest? Hält dieser Kampf fest? Setz dich ja nicht fest. Das war's geil. Sie haben die Infection geschafft. Nur um so zu sterben. Es gibt keine Zeit. Wir müssen nach der Kampf. Bis zum nächsten Mal.